jo leute und herzlich willkommen zum ersten teil meines ferienvlogs momentan bin ich noch in der schweiz wie man vielleicht sehen kann ja ich möchte jetzt nicht so viel von meinem zuhause aber wo dann bin ich noch in der schweiz und eben heute werden jetzt um ein ohr werden wir abgeholt von dem nächsten dienst von unserem lehrlein also wir fliegen mit emirates da werden wir um ein ohr abgeholt das heißt so in halben stunden ja und ja das wäre ja auch schon das heißt wir sehen uns dann wieder im flugzeug ich werde am flughafen oder am flughafen vielleicht auch ich werde am flughafen oder flugzeug nicht wahrscheinlich nicht sprechen ich werde das wahrscheinlich nach sprechen weil ja irgendwie für den schweizer ist es ein bisschen naja sagen wir mal peinlich an einem schweizer flughafen mit einer kamera zu sprechen und das auf hochdeutsch wo man schweizer deutsch kann sozusagen auf jeden fall ich werde das danach sprechen in dubai und der video wird auch am mittwoch kommen heute ist ja dienstag also wir fliegen am dienstag heute und der wird am mittwoch kommen ja und dann sehen wir uns nachher beim flughafen ciao euer swiss bei Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.